Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video schauen wir uns äußerst bemerkenswerte Aussagen von Gerald Salenti an. Gerald Salenti ist ein amerikanischer Trendforscher, Unternehmensberater und Autor, der in den 70er Jahren ein Spezialist für Regierungsangelegenheiten in den USA war. Er stellt beispielsweise Vorhersagen über die globalen Finanzmärkte auf, die er über historische Daten und Ereignisse ermittelt. In diesem Video erklärt er, warum man das aktuelle System unbedingt hinterfragen sollte. Dabei deckt er schonungslos auf, was seiner Meinung nach der Zeit schiefläuft, und seine Aussagen sind wirklich nichts für schwache Nerven. Wenn ihr erfahren wollt, was der Autor zu sagen hat, dann bleibt unbedingt dran. Gerald Salenti sagte folgendes. Ich bin wütend wegen der Ungerechtigkeit, die sie uns angetan haben, weil sie uns unseres Lebens, unserer Freiheit und unseres Strebens nach Glück berauben. Es ist dämonisch, aber das ist es, was hier vor sich geht. Mit Amerika ging es bergab, als sie Kennedy töteten. Auch Jefferson wollte, dass die Regierung an die Verfassung gekettet wird, aber sie haben diese Ketten gesprengt. Die Regierung ist jetzt der Herr und nicht mehr der Diener, und je früher wir das erkennen, desto besser wird es uns gehen. Desto früher erkennen wir, dass die Regierung unser Eigentum und unsere Freiheit stiehlt, unsere Freiheit einschränkt, und sich in unsere wirtschaftlichen Aktivitäten einmischt, und das alles nur zu ihrem eigenen Vorteil. Das ist keine Demokratie, dieses Land ist von den Konzernen übernommen worden. Sie glauben, dass sie die Inflation verringern können, wenn sie mehr Geld ausgeben, als sie an Steuern einnehmen. Doch das ist so, als würde man Benzin auf ein Feuer gießen, um es zu löschen. Diese Leute sind verrückt, und das ist die amerikanische Führung. Das ist das, was Mussolini Faschismus genannt hätte, die Verschmelzung von Staats- und Konzernmacht. Nur die Großen bekommen das Geld, und nur die Großen bekommen die Vergünstigungen, und wir die kleinen Leute zahlen dafür. Aber jetzt ist es an der Zeit, das zu ändern und so einiges abzuschaffen. Jefferson war der Meinung, dass die Regierung mindestens einmal in jeder Generation komplett neu gebildet werden sollte, sodass wir nicht durch Gesetze und eine Verfassung belastet werden, die in einer Zeit erlassen wurden, in der die Regierung nicht der Diener des Volkes war. Er wusste, dass die Regierung im Laufe der Zeit wachsen und die Freiheit schrumpfen würde. Und die Regierung lügt, wenn sie behauptet, dass sie sich an ihre eigenen Beschränkungen hält, das tut sie von Natur aus nicht. Denn sie haben sich von den Ketten der Verfassung losgesagt. Die Regierung glaubt, sie könne jedes Unrecht korrigieren, jedes Verhalten regulieren, jedes Ereignis besteuern, und sich ohne jegliche Selbstbeschränkung in jeden menschlichen Prozess einmischen. Das, was sie Regierung nennen, ist keine Regierung. Es ist ein kriminelles Syndikat, denn sie stehlen unser Geld. Lassen sie uns beispielsweise darüber reden, wie sie unser Geld mit dem fragwürdigen Inflationsausgleichsgesetz, das sie verabschiedet haben, stehlen. Sie geben all das Geld an diese Unternehmen, die übrigens aus der ganzen Welt kommen. Oder schauen sie zu den Banken, sie sind zu groß, um zu scheitern. 29 Billionen Dollar hat die Federal Reserve zwischen 2007 und 2010 in das Bankensystem gepumpt, um dann zu sagen, dass sie zu groß sind, um zu scheitern. Und dann ging es natürlich weiter und weiter mit den Repomärkten, die von September 2019 bis Januar 2020 7 Billionen Dollar abwarfen, und die Zocker können weiter zocken. Erinnern wir uns auch an die Zeit vor einem Jahr, als es hieß die Inflation sei nur vorübergehend. Das Ganze war ein großer Betrug, der nur dazu diente die Märkte und die Wirtschaft künstlich zu stützen, weil man wusste, dass es schlimm wird, wenn man beginnt, die Zinsen ernsthaft anzuheben. Wir alle wussten, dass es dann richtig bergab gehen wird, und zwar heftig bergab. Gehen wir weiter zurück ins Jahr 2018, damals waren die Märkte auf Talfahrt. Und was geschah dann? Donald Trump drängte Power weiter, die Zinsen zu senken. Das tat er natürlich auch, und es hat die Märkte wieder künstlich gestützt. Noch einmal, alles hängt zusammen. Das Einzige, was das Ganze noch zusammenhält, sind die Regierungen, sowie die Bundes- und Zentralbanken, die all dieses monetäre Methadon in das System pumpen, um es künstlich zu betäuben. Darum haben sie auch die Inflationszahlen künstlich niedrig gehalten. Wenn sie die Inflation nämlich mit dem gleichen Index wie 1980 berechnen würden, dann würde die Inflation tatsächlich bei 15% liegen. Sie sagten also lange die Inflation sei niedrig, damit sie die Zinsen nicht erhöhen mussten, weil sie natürlich wussten, dass das System unter normalen Bedingungen nicht überleben kann. Aber wie lange soll all das noch weitergehen? Viele Amerikaner akzeptieren all das einfach, und damit wird sich nichts ändern. Sie gehen also weiterhin zur Bank, um einen Kredit aufzunehmen, und es ist nicht das Geld der Bank, denn die Fed hat das Geld einfach aus dem Nichts erschaffen. Wenn sie mit dem Kredit in Verzug geraten, wird die Fed einfach mehr Geld erschaffen, um es der Bank zurückzuzahlen. Es gibt keine Konsequenzen für die Wirtschaft durch diese falsche Schöpfung von Fiat-Geld, die schon seit 110 Jahren andauert, seit Woodrow Wilson die Federal Reserve geschaffen hat. Und die Geschichte wird sich erneut wiederholen. Denn vor den Wahlen im Jahr 2024 werden sie die Zinssätze senken, um die Wirtschaft wieder künstlich anzukurbeln. Das machen sie immer wieder. Aber vorher wird es einen Crash geben, daran besteht absolut kein Zweifel. Oftmals werde ich dabei gefragt, wie man sich auf diese schwierigen Zeiten vorbereiten soll. Dann nenne ich immer folgende drei Punkte, Selbstverteidigung, Gold und einen guten Fluchtplan. Aber dieses Mal wird es keinen Fluchtplan geben. Zum Schluss möchte ich noch an Folgendes erinnern, worüber jeder nachdenken sollte. In seiner Abschiedsrede forderte George Washington das amerikanische Volk auf, sich nicht in ausländische Verwicklungen einzumischen. Er sagte, dass ein harmonischer und liberaler Umgang mit allen Nationen durch Politik, Menschlichkeit und Interesse empfohlen wird. Weiter sagte er, dass man Wege für ausländische Einflussnahme auf unzählige Arten vermeiden sollte. Und jetzt schauen sie sich an, was mit dem Krieg in der Ukraine passiert. Und genau deswegen muss es mehr Menschen geben, die den Leuten sagen, was in der Welt tatsächlich vor sich geht und was als nächstes kommt und was zu tun ist. Natürlich lautet die Devise dabei, wir müssen selber denken. Ihr müsst nicht tun, was wir euch sagen, ihr müsst mehr selber denken und vor allem hinterfragen, was sie euch im Mainstream erzählen. Und was denkt ihr? Liegt Gerald mit seinen Theorien richtig, oder ist das alles Quatsch? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience. Wir consumers. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020